Wir sehen uns heute mal die Yuka App an. Das ist eine App, mit der ihr verschiedene Produkte auf ihre Inhaltsstoffe untersuchen könnt. Das ist so eine ähnliche App wie die CodeCheck App, die ich vor vier Jahren mal getestet habe und die habe ich auch nochmal rausgekramt. Und wir nutzen die Gelegenheit und vergleichen die beiden Apps mal miteinander. Welche ist besser? Ich habe mir heute mal zwei exemplarische Produkte rausgesucht, die ich testen möchte. Einmal diesen Multivitaminsaft von Netto und einmal dieses Dove, das man glaube ich überall kaufen kann. Und dann schauen wir mal, was die Apps zu diesen Produkten zu sagen haben. Ich bin sehr gespannt. So, wir starten mit der Yuka App. Wir befinden uns hier im Suchbildschirm. Die App könnt ihr kostenlos im iOS Store herunterladen. Ja, man kann hier Mitglied werden. Muss man aber nicht. Wir testen das Ganze natürlich in der kostenfreien Variante. Wir haben neben dem Suchtab die Übersicht. Hier haben wir einfach einen Bereich, der heißt meine Ernährung. Bisher habe ich ein Produkt gecheckt. Das war eher mittelmäßig. Also hier ist so eine Zusammenfassung aller Checks, die ich durchgeführt habe. Wir können auch im Bereich Kosmetik scannen, nicht nur bei Lebensmitteln. Das machen wir gleich. Dann kommt der Bereich Scannen. Den heben wir uns bis zum Schluss auf. Alternativen. Ich habe hier zum Beispiel zuletzt diesen Melonen-Tee von Pfanner gescannt. Der war mittelmäßig, weil er künstliche Aromen enthält. Und mir wird gleichzeitig noch eine Alternative dafür vorgeschlagen. In dem Fall ist das der Hibiskus-Tee von Volvic. Der schmeckt natürlich nicht nach Melone, aber gut, lassen wir das. Immerhin, wir bekommen Vorschläge für Alternativen. Und ganz links haben wir noch den Verlauf. Und jetzt geht es hier mal auf die Scannen-App. Und jetzt versuche ich mal diesen Multivitaminsaft hier zu scannen. Dafür muss ich relativ nah ran. Und jetzt hat er schon was gefunden. Ihr seht, was hier alles enthalten ist in 100 Milliliter. Sehr viel Obst, keine gesättigten Fettsäuren. Es ist nur wenig Salz enthalten. Keine riskanten Zusatzstoffe. Wir können uns auch mehr über die Zusatzstoffe anzeigen lassen. Also was da jetzt wirklich drin ist. Was ist negativ? Das Ganze soll zu kalorienreich sein. Es ist zu viel Zucker drin. 9,7 Gramm, wohlgemerkt auf 100 Milliliter. Das ist eine Menge. Und damit sind wir durch. Wir haben noch verschiedene Optionen weiter unten. Die ignoriere ich aber mal. Und jetzt haben wir hier das erste Produkt. Gescannt heute in der Übersicht. Ein gutes Produkt. Das taucht jetzt hier auf. Wie es zu erwarten war. Und wenn wir die App gerade geöffnet haben, scannen wir gleich noch unser nächstes Produkt. Nämlich dieses Duschgel hier. Mal gucken, was die App dazu ausspuckt. Gut, Übersicht, Kosmetik. Gut, ohne schädliche Parabene, ohne schädliche Sulfate. So, und dann sind aber hier einige Dinge drin mit geringem Risiko. Wir klicken da mal irgendwas an. Zum Beispiel Benzylalkohol, eine duftende Substanz als etabliertes Kontaktallergen beim Menschen. Wird das betrachtet und es muss zwingend auf dem Etikett angegeben werden. Ja, so bekommen wir hier zu den ganzen Inhaltsstoffen verschiedene Bewertungen. Und damit haben wir eigentlich das Wesentliche hier schon erfasst aus der App. Wie gesagt, das Ganze ist kostenlos. Und wir vergleichen jetzt mal noch das Ganze mit dem CodeCheck. Diese App habe ich, wie gesagt, vor vier Jahren schon mal getestet. Die funktioniert ähnlich. Wir haben rechts ein Menü mit verschiedenen Anleitungen. Das ist etwas ausführlicher wie bei Yuka. Dann gibt es auch hier eine Suchfunktion. Es gibt irgendwie hier anscheinend Dinge, die ich schon gescannt habe. Ich weiß es nicht genau. Oder ist das ein Beispiel? Es gibt hier links Produkte sowie News. Wir scannen aber jetzt einfach drauf los. Wir scannen das erste Produkt. Das ging sehr schnell. Und hier bekommen wir eine ähnliche Anzeige. Fett, gesättigte Fette, Zucker, Salz. Alle sehen. Ja, funktioniert ganz ähnlich. Ich weiß jetzt auch nicht, welche App ich wirklich empfehlen. Soll. Mir gefällt die Yuka-App ein bisschen besser. Auch beim Thema Dove bekommen wir ähnliche Ergebnisse. Problematisch bzw. bedenklich ist Tetrasodium-Eta. Konservierungsmittel für Naturkosmetika nicht geeignet. Verstärkt die Wirkung von anderen Konservierungsmitteln. Membran der Zelle wird geschwächt. Möglicher negativer Einfluss auf die Umwelt. Wir können das jetzt nochmal vergleichen. Gucken, ob wir das Ganze hier auch nochmal finden. Und ein Tetrasodium-Eta könnte den Durchtritt anderer Substanzen durch die Hautbarriere fördern. Sehr interessant. Also entscheidet für euch, welche App ihr besser findet. Ich finde beide ziemlich gut. Ich werde jetzt in Zukunft auch öfter wieder einsetzen. Ist eine super Sache für Leute, die ja wissen wollen, was sie da eigentlich alles zu sich nehmen. Was unbedenklich ist und was nicht. Die eine App heißt CodeCheck. Die andere App heißt Yuka mit Y. Wenn euch das Ganze hier interessiert. Es gibt auch bei CodeCheck zumindest eine Webseite, wo ihr direkt auf dem Desktop nach Produkten suchen könnt. Aber wenn euch das interessiert, ladet es euch einfach mal runter. Probiert es einfach mal aus. Beide Apps sind für App Store, also für Apple Geräte und für Android Geräte im Google Play Store verfügbar. Das ist die CodeCheck Info Webseite und die Yuka Webseite sieht so aus. Ihr könnt da zwar nicht auf dem Desktop suchen, aber wir sehen, dass die App ebenfalls für beide Systeme verfügbar ist. Und damit sind wir auch schon wieder durch an der Stelle. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar. Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.